Ein Takt-Signal oder System-Takt ist in der Digitaltechnik ein binäres Signal, das der Koordination bzw. Synchronisation der Aktionen mehrerer Schaltkreise innerhalb komplexer digitaler Systeme dient. Je nach Anwendung kann das Takt-Signal sich mit einer definierten Frequenz wiederholen oder auch aperiodisch sein. Allgemeines, wenn ein periodisches Takt-Signal vorliegt, wird es von einem Oszillator wie beispielsweise einem Quarz-Oszillator erzeugt. Eine übliche Oszillator-Schaltung zur Erzeugung von Takt-Signalen ist die Pierce-Schaltung. Das Takt-Signal oszilliert dabei zwischen den beiden Logik-Pegeln wie in nebenstehender Skizze mit H für High und L für Low dargestellt. Das Takt-Signal wird durch die Periode der Oszillation bzw. mit ihrem Kehrwert, der Frequenz und das Tastverhältnis charakterisiert. Zur Takterzeugung eines Rechteck-Takts werden heute bei elektronischen Schaltungen neben den Schwing-Quarzen samt der Ansteuerschaltung auch Quarz-Oszillatoren verwendet. Die Vorteile dieser Bauelemente sind die geringe Toleranz der erzeugten Frequenz und die hohe Stabilität der Frequenz über den zulässigen Temperaturbereich. Der Alterungsbeständigkeit des Bauelements und den zulässigen Bereich bei der Betriebsspannung der Bauelemente. Moderne Prozessoren sowie ihre Hilfsbausteine auf der Hauptplatine eines Computers benötigen mehrere verschiedene Takt-Signale, da beispielsweise die CPU mit sehr viel höherem Takt läuft als externe Schnittstellen. Auch innerhalb der CPU werden vor allem zwecks Energieeinsparung Frequenzen dynamisch je nach Betriebssituation umgeschaltet. Für die Bereitstellung solcher vielfältiger Takt-Signale ist üblicherweise ein Master-Oszillator zuständig, der übereigene Frequenzteile alle benötigten Frequenzen aus einer noch höheren Quarz-Frequenz ableitet. CPUs und GPUs werden in Ausführungen für bestimmte Taktfrequenzbereiche angeboten, für die sie in der Herstellung getestet wurden. Da diese Bereiche zur Sicherheit eher konservativ ausgelegt sind, streben viele Anwender vor allem aus dem Computerspielbereich an, die Grenzen auszureizen. Viele Prozessoren bieten für dieses Übertakten spezielle Steuerregister an, über die man einen Teilerfaktor, den Multiplikator, einstellen kann, der angibt, wie die Arbeitsfrequenz aus der Taktfrequenz geteilt werden soll. Solche Einstellungen sind jedoch riskant, da im Extremfall Datenverluste oder auch Zerstörung des Prozessors passieren können. Daher gibt es Firmen, die als Teil ihres Dienstleistungsangebots solche übertakteten Rechner oder Grafikkarten anbieten, die sie vorher auf ausreichende Betriebssicherheit getestet haben. TaktSignal bei integrierten Schaltungen Die Schaltkreise, die das TaktSignal zur Synchronisierung benutzen, können je nach Bauart entweder während der steigenden oder der fallenden Flanke des Signals aktiv werden. Man spricht dabei von Flankensteuerung oder Flankentriggerung. In Datenblättern und Diagrammen wird das TaktSignal häufig mit CLK bezeichnet. Mittels ClockGating kann in integrierten Schaltungen der Takt selektiv bei bestimmten, momentan nicht benötigten Schaltung steilen Wege schaltet werden, um die mittlere Leistungsaufnahme zu reduzieren. Die meisten komplexeren integrierten Schaltkreise erfordern ein TaktSignal, um unterschiedliche Teile der Chips zu synchronisieren und GateDelays auszugleichen. Da diese Bauelemente immer komplexer werden, wird die Lieferung akkurater und überall gleicher Takte an alle Schaltkreise immer schwieriger. Das Paradebeispiel für solche komplexen Chips sind Mikroprozessoren, die zentralen Bestandteile moderner Computer. Für die verwendeten Transistoren wird häufig die Frequenz angegeben, bis zu der eine Verstärkung eines kleinen Signals möglich ist. Arbeitsgeschwindigkeit von Prozessoren Mit der Prozessorfrequenz, auch Taktfrequenz, Taktung oder Taktrate genannt, gibt man die Geschwindigkeit an, mit der Daten in Computern verarbeitet werden können. Sie wird in Hertz angegeben. Da die Frequenz moderner Prozessoren mehrere Milliarden Hertz beträgt, werden die Zahlen oft mit Hilfe von Vorsätzen wie Giga für Milliarden oder Mega für Millionen abgekürzt. Zum Beispiel bedeutet eine Prozessortaktfrequenz von 1 Gigahertz eine Taktperiode von einer Nanosekunde. Der Datendurchsatz eines Prozessors ergibt sich aus seinem Takt und der Datenübertragungsrate seiner Anbindung an den Hauptspeicher. Die Rechenleistung ist nicht nur von der Frequenz, sondern auch von der gesamten Architektur des Prozessors abhängig. Selbst bei Prozessoren, die den gleichen Befehlssatz verwenden, können sich bei gleicher Taktrate gravierende Rechenleistungsunterschiede zeigen, deren Ursache zum Beispiel in der IPC-Rate, firmenspezifischen Merkmalen oder in der bereits angesprochenen Speicherbandbreite begründet liegen kann. Die IPC-Rate gibt an, wie viele Instruktionen pro Takt ein Prozessor durch Parallelisierung gleichzeitig abarbeiten kann. Der Prozessor mit höherer IPC-Rate schafft daher pro Takt mehr Rechenoperationen und rechnet daher schneller. Der Prozessor mit höherer IPC-Rate. Dasein 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 Untertitelung des ZDF, 2020